ho wie sich die so gut nach vorne ohr wenn er auf die Sprung ich werde was wäre das würde ich nicht so sehr ausschicken du kannst aufgeben da ich habe jetzt gerade erst mal wieder richtig weit ich wollte nur sagen dass du auch auf dem es hat kein Sinn diese Leute aufgeben wenn ich jetzt gerade erst mal richtig weit war eigentlich hast du nicht geworfen habe ich nur nicht gekriegt m ich werfe sie hier drauf wer hat dann ziel er hat die will aber verschwinden bevor du da bist die Wettkampf für sie passiert fragt was es geschafft dann haue ich ihn und da bin ich wieder er hallo jetzt war auch in Herz drauf ja ohr durch war jetzt schon eine milliarden Malstunde ja wie du schaffst das jetzt ich es gerade in Eis los jetzt der um schade müssen aber es blöd ist man kann sich die in da wo er immer unterfällt kann man sich das nicht mal zum oben angucken weil die scheiß Brücke drüber ist es so heißt Brücke zu dem von unten ansehen aber da sieht man nicht alles ja alter erster Sprung jetzt echt so René hier so dann da dann dann runter und wieder hier am Anfang gehen ist gar nicht langweilig Rene ist das lustig ist das euer Ernst Gott bin ich scheiß es ist die zwei Geister im Dunkeln sagt der eine ich fürchte mich im Dunkeln sagt der andere nicht schlimm ich habe Joghurt dabei das war witzig äh das war der witzigste witzig Joghurt nicht ja los René ja los René oh Mann Schiff an die Leiter Schiff an die Leiter Schiff an die Leiter ja los los jetzt spring hier drauf dann hast du es geschafft NAAA du Idiot du bist so schlecht René du bist so schlecht wie kann man das so schlecht denn ich mache das Sprinten Wieso sprintest du bei Sonne im Sprung das ist aber mega der Einzelsprung das ist aber mega der Einzelsprung René bist du schlecht Mann oh Gott da hat ein Einzelsprung gereicht so dann wieder hier ich habe da ehrlich gesagt auch einen Doppelsprung gemacht ja aber da reicht ein Einzelsprung guck mal sie sag es bei jedem reicht ein Einzelsprung ne aber hier Passi wo bist du hinter dir ja ja siehst du hier reicht ein Einzelsprung René aber ich habe trotzdem einen Doppelsprung gemacht ja ich wollte es für René er konnte ich auch gut sehen von hier aus nein ich wollte du beweisen dass es da ein Einzelsprung ja jetzt aber René ja oh Konzentration ey du schaffst das jetzt owww wille es machen Einzelsprungs ja ja endlich Oh Gott Einzelsprung war viel leichter als dieser Schall habe ich doch gesagt man ich land partei im Wasser okay das war jetzt mal easy going was geht ja noch weiter leider ja so war oh nein aber wie schade quasi kann sich auch mal wieder sichtbar machen um hatte ich bin noch eine Minute 20 Sekunden ich habe ich habe die ganze Zeit den Erdblock in der Hand sauber 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 ja ja und geschafft easy Musik ist das schwer hier sauber die 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 auch miss okay geht so nein die kennen wir schon Pasi wo bist du die können wir schon hier die kennen wir auch schon ähm was kommt mein Eis äh Checkpoint öffentlich war hier wird es weitergehen okay Mann hier ist es nicht mehr so schwer Alter ja Pasi hat es geschafft ja Mann ey Pasi ja im Wasser ist ein Geschäft für dich Warte 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 ein Oh danke eine Milch Milch ja das ist wahr ja losrede Warte wie machst du hast denn René da haben die äh so drückt einfach dran hinspringen ja genau genau okay kann er sei dass es irgendwie falsch das ist ja 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 gut das hat jetzt nicht lange gedacht Gott sei Dank ja die die behauptet auch Fuck Boah Warten easy Monstersprung ey Fuck Kei er war easy ja der war wirklich ziemlich ey ich seh nichts der war auch easy boah ja easy going Mann oh nein boah Mist ich bin noch im S gesprint ja Mann ja ja nein nein Gott ach so ach so man muss noch hinten ja oh ein blöd ich sollte wie bei mir und da ja und ja nein oh was klappt ich hasse die Map ja 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 in this level we will look at some harder jumps wow fällt aber ein frier 1 zu das vorzulesen ja 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 ich muss noch nichtmals im letzten Moment springen doch ja Kopfschmerzen ja sauber nein egal ich kann hier starten wieder doch man muss im letzten Moment springen bei denen nicht komplett aber fuck ja klar mhm doch also ich muss immer im letzten Moment springen ist so ja boah nein ja ok weißt du was traurig ist Pasi mhm wenn man hier zu weit nach hinten geht ja und dann wieder zu oder bei dem vorhin auch da wo ich jetzt grad war ja nein ach Gott ach man jetzt muss ich wieder nach da hinten ja geschafft nein wow das ist mein Eiszünder los Mann nein hahaha Pasi hier na ach so ja spring erst mal den so da bin ich wieder ja hier ich bin hier gestartet warte bin gespro printen und dann hier so verstehst du wie ich meine gib mir auch mal den Tipp also hier starten ja voll durch sprinten und dann hier und dann irgendwann kommt man drauf nein du machst das wieder so wie du es da bei den Leitern da früher gemacht hattest ja so kann so ist es so habe es halt geschafft da fell boah so jetzt werdet ihr immer bestraft wenn ihr da unten seid ach Flo nö ja ihr müsst ja bestraft werden wenn ihr da unten seid jaaaa okay jetzt muss nur noch passiv bestraft werden alter die kommen hier hoch ja passiv bestrafung ne muss sein was für nein ja oh scheiße komm hier hoch da kann ich nicht mehr vernünftig springen wenn die da vor mir laufen ja ja ach du kacke die drücken einen zufällig auch weg ja wieso hast du es jetzt geschafft weil er keine war gerade wartet wird es erst die Kuhfleisch Kuhfleisch wir können ja weitermachen ja dann mach mal weiter sterbt alter wie Philippe und wie viel Schinken super passiv nicht Schinken aber Kuhfleisch wow oh Mist ich hab den Trank noch ok das sind eigentlich voll die Easy Springer aber soo oh Fell Mist jetzt hab ich das Ei wieder wow was sind das denn für welche nein ok easy going äh wo gehts hin hä hä wieso Spritze ok ok das war bis hier hin easy going fuck Manno nein hä komm das wird sich halt als ob ich an die Decke komme alter da kann man gar nicht richtig sprinten bei dem hier gut job ja endlich I hope you will remember to sprint on ladders ähm you will need to do it in level 45 ich hab's geschafft super super Mist Mann ja jetzt hüttich hier oh haare ne ja oh haare ah oh fäll boah nein ich hätte es nicht ich war grad auch kacke oh das sind eigentlich solche Easy Springer ne ach da muss man hin oh ok fail wo wolltest du sonst hin ja ich dachte man muss direkt da vorne diesen fetten äh die fette Leiter darauf treffen nein ob es hat die andere Leiter nein fail Mann ich will nicht beobachten ah toll ah toll kannst du hier mal ne Fackel ausschöpfen ist so ich bin nicht im Game Out dann mach doch einfach du Edi ist so das kann nicht so schwer sein doch Mann sprint ich überhaupt boah ja endlich nein nein bleibt darauf ja Mano besser Mano besser steht 2 2 2 2 2 1 2 1 keine Ahnung das heißt ein Springer Hinsprung wow hätte ich nicht gedacht 3 4 7 8 8 8 8 10 10 13 15 15 15 15 20 23 20 Vielen Dank.